Auf der einen Seite finde ich Korki gut shit, auf der anderen Seite finde ich Korki aber auch gut geil, wegen Caitlyn. Eigentlich wäre der Go-To-Pick, wäre Jin. Aber I don't give a shit, oder? Man kann diese ganzen Meinungsinfluencer haben, weil das so einen geilen Monat hat. Ich gehe auf Twitter und literally sehe ich da einen Influencer, wie er über einen anderen Influencer wieder sagt, da wird noch einiges gedroppt und zack, schnitt zum Video. Was ist los mit den Menschen? Ich finde es super, wie der in den Statements am Ende, wie bei Marvel-Filmen den nächsten Influencer droppt. Das ist schon wirklich auch wild und vor allem, das klingt jetzt alles auf einmal, ich weiß gar nicht warum. Und da muss ja auch immer was krasses vorgefallen sein, damit du so eine Geschichte erzählen kannst. Wenn du mich jetzt fragst, zu einem Influencer und ob ich was Schlechtes über ihn sagen könnte, da habe ich jetzt kein Videomaterial für, muss ich sagen. Es gibt immer wieder Dinge, die ich nicht mag, zum Beispiel. Also es gibt Charakterzüge, die mag ich bei manchen Leuten nicht. Aber als Person finde ich dann trotzdem noch cool. Also es ist so, ich kenne keinen Influencer, wo ich sagen würde, das ist ein... Also nicht gut genug. Ich finde jetzt so, oberflächlich gibt es natürlich Leute, die mir unsympathisch sind, aber mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, da gibt es keinen, wo ich es wieder drüber machen könnte. Ich kenne nur welche. Du kennst viele Influencer persönlich, oder was? In acht Jahren mit einer bestimmten Bubble und da sind schon sehr viele Leute. Okay, aber das kann ja sein. Also es gibt ja Safe-Bubbles und ich hasse Bubble-Denken, aber es gibt Safe-Leute, die nicht so cool sind oder echt unangenehm, wie auch immer man das Wording nehmen möchte. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube auch, Kasia, ich weiß nicht, was du machst und in welche Funktion du mit denen arbeitest, aber ich glaube zum Beispiel, dass das jetzt, wenn ich jetzt nicht ich wäre oder auch Streamer wäre, sondern wenn ich jetzt ein Typ bin, der bei einer Agentur arbeitet und mit denen, mit Influencern arbeiten muss, dass dann der Umgang nochmal ein ganz anderer ist. Dass dann nochmal ganz anders mit den Leuten umgegangen wäre. Oh wow, ich habe mir, oh du, Tick, abgebrochen, ne? Hier, ich habe fast die Technologie bekommen auf sie. Oh, so bad. Mit Captain Mechanically. Gar nicht, gar keinen. I guess I'm busted. Are you sure? Yes, we are. Du hast mir wehgetan, als ihr immer E.O. Masking Mad Lions getraut habt. Ja, und damit bin ich sogar auch Hauptwahrnehmende gemeint. Ich habe nicht, ich habe gegen Mad Lions zum Beispiel gar nicht gut gespielt. Das hat mir sehr leid getan. Bis heute noch. Weil ich fand, Freddy hat zum Beispiel insane gespielt. Also Freddy hat so quasi in den E.O. Masters nochmal eine Schippe drauflegt. Das war richtig, richtig cool. Schön mit anzusehen. Und das war leider nicht so gut. Ich glaube, mit einem normalen Splits war es sehr gut, aber E.O. Masters habe ich nicht gut gespielt. Danke fürs Aufreißen, der Wunde. Und jetzt ist der Völker Streamer, was wahrscheinlich der viel bessere Karriere-Pass ist. Ich habe jetzt auch schon mal streamt. Ich werde nicht wieder darüber reden, was vor sechs Jahren war. Ein paar schöne Zeit. Also aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, Freunde. Aufgewärmt schmeckt wirklich nur Gulasch. Oh shit. Oh, that's on me, man. Oh, that's on me, man. Okay. Loll. Das hier ist auch schon wieder Menschenschlepperei, was wir hier machen. Ja, yo. Leute, ich bin dran. Würde da wahrscheinlich trotzdem meinen Draco vorzummen. Lässt du mich mal in Ruhe, du kleine Bitch? Na, seid ihr alle komplett dumm? Seid ihr wirklich, ne? Ich bin ein Bait. Ja. Kann ich mal kurz gucken, ob ich auf meinem Silber-Account bin, auf meinem Geheimen? Nicht mal, nein, nicht mal Silber-Spieler-Chasen. Von da bis da. Gegen Schen Aurelion Zoll. Nein, nein, nein. Ja, ich schiefe fühlt sich nicht schlecht an der Attack-Speed, aber eine Gefühlssache. Ich glaube, es ist schwächer. Ist er jetzt auch ein Hörer-Ele aktiv am Start? Weiß ich, ich weiß nicht, wie Diana in der Season ist. In vergangenen Seasons war Diana immer, sogar in Mitte, ultra viel gespielt. Also es war crazy, wie beliebt Diana war, weil sie einfach voll ein Ticket-Assassin ist. Du kleines Arschloch. Ja, I'm missing. I deserve to die. But I don't. Ah, war ich die Tour. War da wirklich so schlecht. War da wirklich so bad von mir. Oh, das können wir bauen, ne? Perfekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Junital sein muss, aber das hier ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich mache einen Fehler und alle anderen vier sagen, okay, fuck it. Wie ist das hier, kann ich engage? Auf jeden Fall. Wo ist mein Team? Boah. Wo ist der Typ? Wo ist mein Mid-Laner? Wo ist mein Mid-Laner? Der Game ist knapp, tatsächlich. Auch in den Zoll spielt einfach das Spiel nicht mit. Ist, glaube ich, auch sehr reportable. Aber es ist sehr, sehr offensive, das Gameplay. Kriegt es nicht gebacken, einfach auf Diana zu E-Ulten in time. Er muss warten. Also wie lange muss er warten? Er ist doch auch in Range dafür. Auf was wartet er? Warte, 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 worauf wartet er? Das ist ein easy One-Shot. Und stattdessen sind jetzt unsere Leute tot. Weil die einfach als Spiel nicht spielen, diese kleinen Wichser. Das klappt wegen Channel, aber nicht gegen DLCs. Umso mehr Items der Bundle hat, umso mehr tun es halt auch Channels weh, ne? Wenn wir einen Channel nutzen, wenn wir einen guten Engage finden, und würden einen Channel brauchen dafür, dann tut es halt doppelt und dreifach weh, wenn er wegromen muss. Was ist das mit Maw? Ach, kann ich nicht, ne? Perfekt. Der perfekte E-Spell, ne? Ja, der perfekte E-Spell. Wir haben nicht mehr mitgespielt, wir haben trotzdem gewonnen. Er hat gepinkt. Aber es war schlecht gespielt von mir. Ich war ein bisschen enttäuscht von meinem Damage, muss ich sagen. Aber ich würde gerne wieder mehr Rockets haben. Ich hätte gerne weniger Burst und dafür mehr Scaling. Ich glaube, dass ich noch einen weiteren Burst-Champ brauchte jetzt im General. Willst du mir erzählen, dass ich nur von einer Lux-Laser fast gewonnen werde? Das finde ich persönlich sehr krass. Ich schau rein. In so Fights, keine Ahnung, wie ich spielen soll. Ich habe wirklich gar keine Fantasie dafür, wie ich mit deren Champs umgehen soll. At all. Was ich tun kann, ist Support hitten, weil ich nicht auf die Backline draufkomme. Blade-Cocke nicht gut? Ne. Du spellst bei Default nicht gut, weil du Mix aus Physical und Magic Damage bist. Und du kannst keine Double-Penetration holen, die keinen Atik-Speed gibt. Also ich würde sagen, lass nicht das Game verlieren. Nur Terminus, genau. In Terminus gibt der Atik-Speed. Okay. Team, 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 Team! Alter Hundern-Söhne! Das ist insane. Mein Team ist so bad. Mein Midländer und mein Jungler sind die größten Fotzen, die es gibt. Das ist insane. Nein. Diese beiden Spieler sind so AFK. Nehmen kein Auge für irgendwen. Das war's nicht. Für die. Für die. Für die. Für die. Gott bless diesen Schatten. Gott bless diesen Schatten. Sehr stark, Schatten. Sehr stark. Ich fand das Game auch sehr gut von mir. Aber nicht in allen Belangen. Aber Leute, ihr könnt Mitte-Jungle nicht so zocken. Ihr könnt nicht so tun, als wären diese Rollen keine Team-Rollen. Wenn ihr so spielt, dann spielt nur Top-Name. Ihr müsst auf andere gucken. Ihr müsst gucken, wie ihr die anderen mit ins Spiel bringt. Das ist einfach euer scheiß Job. Es ist so fucking cringe, wie dieses Spielerspiel. Das macht mich so sauer. Das Game wäre fast verloren worden. Nur durch Inaktivität. Nur weil man faul war. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.